Hallo und herzlich willkommen. Zum Jahreswechsel 2021-2022 kam nun die dritte DSL-FRITZ!Box mit Wi-Fi 6 in den Handel, die Fritzbox 7510. Kurzte Eckdaten für ganz eilige, sie hat ein Modem für DSL bis 300 Megabit verbaut, aber nicht für LTE 4G oder gar 5G, nicht für Kabel-Internet und auch nicht für Glasfaser-Internet. Die ersten Exemplare der 7510 sind zwar schon im Dezember 2021 durchgetröpfelt, aber in Mengen dürfte sie erst ab Januar 2022 in den Markt kommen. Erstaunlich ist der Preis von 129 Euro UVP. Das ist nicht viel für eine so moderne Fritzbox. Als Standby-Stromwert gibt AVM einen Wert von 6 Watt an. Im Test haben wir sogar noch etwas weniger gemessen. Bei der digitalen Funk-Telefonie bietet die kleine 7510 den vollen DECT-Schnurloss-Komfort der größeren Fritzboxen. Es werden nämlich maximal sechs Handapparate plus etliche Smart-Home-Geräte bedient. Für analoge Telefone samt Fax- und Anrufbeantworter sind zudem zwei Buchsen in den Formaten RJ11 und TAE an der 7510 verbaut, aber nur eine der beiden Buchsen darf im Betrieb belegt sein. Am LAN-Port gehen maximal 1000 Megabit durch, also Gigabit LAN. Es gibt aber nur eine einzige LAN-Buchse. Die größeren Fritzboxen mit oder ohne WiFi-6 haben meist vier LAN-Buchsen. Wer mehr als eine LAN-Buchse braucht, kann aber einen LAN-Switch hinter die 7510 klemmen. Switche mit 8 Gigabit-Ports etwa findet man schon ab 25 Euro. Die USB-Buchse ist auf den Level 2.0 begrenzt. Spannend wird es beim WLAN. Die 7510 funkt zwar schon die modernste WLAN-Gattung, 802.11ax, alias WiFi-6, aber nur im oftmals überfüllten 2,4 GHz-Band, und nicht im 5 GHz-Band, das viel sauberer ist und weit mehr Datendurchsatz zulässt. Was haltet ihr von dieser Kastration des WLAN? Ist es schlimm, dass 5 GHz nicht bedient wird? Ist es eine ausreichende oder sogar eine gute Lösung für Leute, die sowieso nur einen 50-Megabit-DSL-Anschluss haben und dafür sowieso nicht mehr als 600-Megabit-WLAN-Brutto bei 2,4 GHz benötigen? Oder ist die 7510 für Leute gedacht, die ein Haus in Alleinlage bewohnen, die also fast keine Störungen im 2,4 GHz-Band haben und deshalb aus dem 2,4 GHz-Band noch die volle Leistung ziehen können? Oder ist es eine Maßnahme des Herstellers, um drohenden Lieferengpässen bei komplexeren WiFi-Chips zuvor zu kommen? Oder ist der Preisdruck von DSL-Providern und Wiederverkäufern so groß, dass es beim Komponenteneinkauf auf jeden Cent hinter dem Euro-Komma ankommt? Oder ist die WLAN-Kastration vielleicht sogar ein bewusster Schritt in Richtung Sparsamkeit und Nachhaltigkeit bei Material- und Stromverbrauch? Habt ihr eine Meinung dazu? Dann freue ich mich auf Kommentare. In dieser Tabelle sind die drei DSL-FRITZ!Boxen hervorgehoben, die bereits WiFi-6 funken. Die Straßenpreise von rechts kommend stand Anfang 2022. Die 7530 AX gibt es ab circa 160 Euro. Die 7590 AX ab circa 250 Euro. Die 7510 ab circa 125 Euro. Wer also 35 Euro auf die 7510 drauflegt, bekommt schon eine 7530 AX, die eben auch schon WiFi-6 bis 1800 Megabit bei 5 GHz drin hat, und eben 4 Gigabit LAN-Ports, anstatt nur einen. Doch wer sowieso kein 5 GHz und auch keine vier LAN-Ports braucht, bekommt mit der 7510 eine sehr bezahlbare Alternative. Beim gelben Pfeil, links außen mittig, hat sich vermutlich ein Fehler in diese Amazon-Tabelle eingeschlichen. Die 7510 funkt nämlich gerade kein Dual-Band, sondern nur Single-Band. Also nicht auf zwei Bändern, sondern nur auf einem Frequenzband. Und witzig auch, dass sich die 7510 nicht mit AX im Namen schmückt. Zu allen 5 DSL-Boxen gibt es ausführliche Videos auf meinem Kanal. Doch nun endlich zum Unboxing. Die Verpackung der 7510 kommt schon im neuen AVM-Style, mit einem rundum weißen Band am Fuß. Zoomen wir die Frontseite heran. Dort steht nun WiFi-6 ganz groß in Rot. Drehen wir die Packung im Uhrzeigersinn, dann kommt der obligatorische Hinweis zur Mesh-Fähigkeit der Fritzbox 7510. Das heißt, sie lässt sich ausgesprochen komfortabel mit weiteren Fritzboxen und Fritz-Repeatern zu einem größeren Heimnetz verkoppeln. Dazu muss man nur den Connect-Knopf an der Fritzbox und an einem weiteren Fritz-Funker drücken. Dann werden wichtige Netzwerk- und WLAN-Einstellungen über die Luft oder über das Kabel an das andere Gerät durchgeschossen. Auch die Rückseite hat schon das weiße Band am Fuß. Hier stehen fast alle wichtigen Text-Packs drauf. Greifen wir nur einige heraus. Hier wird klar und deutlich gesagt, dass die 7510 an allen gängigen DSL-Anschlüssen von Telekom 1&1 Vodafone O2 und vielen weiteren funktioniert. Hier der Hinweis, dass DSL-Anschlüsse von ADSL bis zu VDSL 300 unterstützt werden. Im kostenlosen PDF-Handbuch steht alles noch ein bisschen ausführlicher. Die 7510 kann das Internet auch aus einem passenden Mobilfunk-Stick im USB-Format beziehen. Wie das geht, habe ich im Sommer 2021 schon mal an einer 7530 AX ausprobiert. Drehung nach rechts. Ganz oben die eindeutige Artikelnummer 2000 2983. Am zweiten Pfeil die Seriennummer. Zurzeit beginnt sie offenbar mit N. An diesem fortlaufenden Buchstaben kann man das ungefähre Alter der Fritz-Boxen und Fritz-Repeater erkennen. Hier noch weitere Auskünfte zu den kompatiblen DSL-Anschlüssen. Im Prinzip sind es die Anschüsse der Deutschen Telekom, die in der Regel auch von den anderen Providern hierzulande angemietet und dann unter eigenem Namen weitervermarktet werden. Ganz unten ein Hinweis, dass das WLAN dieser Box, grob gesagt, in der EU sowie in weiteren europäischen Ländern funken darf. An der Bodenseite der Hinweis auf fünf Jahre Hardware-Garantie. Und an der Oberseite der Schachtel eine Lasche. Zieht man sie vorsichtig hoch, dann wird der Taton beim öffnen nicht verletzt. Voila, in unserer Kiste lag ganz oben ein Büchlein zur Hersteller-Garantie. Im PDF-Handbuch kann man sie auch bequemer am großen Monitor nachlesen. Darunter lag ein Heftchen mit weiteren AVM-Geräten für die Heimvernetzung, etwa Fritz-Telefone, Repeater, Powerline-Adapter. Darunter lag die gut gemachte Kurzanleitung. Die gibt es auch als PDF auf dem AVM-Server. Das ausführliche Handbuch mit 262 Seiten gibt es nur im Internet. Gut so, denn viele User lesen es ja sowieso nicht. Obwohl es lesenswert wäre. Sehr nützlich ist diese Servicekarte aus festem Karton. Sie enthält die wichtigsten Zugangsdaten zur Box ab Werk. Wer den WLAN-Schlüssel nicht eintippen will, hält das Handy auf den QR-Code und kommt so viel bequemer ins WLAN. Natürlich kann man SSID, Security Key und Fritzbox-Kennwort auch nach eigenen Wünschen abändern. Nun endlich liegt die Fritzbox frei. Sie ist mit einer blauen Folie gegen Kratzer geschützt. Die Folie lässt sich leicht und rückstandsfrei abziehen und auch jederzeit wieder auflegen, falls man die Fritzbox zum Beispiel versenden will. Der restliche Lieferumfang hält sich in Grenzen. Links außen ein hellbeiges DSL-Kabel, rechts unten ein weißes Ethernet-LAN-Kabel. Nicht rund, sondern flach, das lässt sich relativ unauffällig verlegen. Hinter Fußbodenleisten, auf weißer Wand, auf weißem Fensterrahmen. Rechts oben ein schwarzes Netzteil. Da bin ich mir nicht sicher, ob ein schwarzes Netzteil aus einer Produktionscharge für 1&1 in die Schachtel gerutscht ist. Denn die Netzteile der freiverkäuflichen Fritzboxen kommen schon seit geraumer Zeit in einem recht hübschen weiß daher. Das Netzteil spendiert 12 Volt und 1 Ampere, also 12 Watt. Und wer die genaue Länge der Kabel wissen muss, findet sie auch auf der AVM-Website. DSL-Kabel, 4 Meter, LAN-Kabel, 1,5 Meter. So viel zur Verpackung. Nun zur Fritzbox 7510 selber. Sie hat fünf Status-LEDs und drei bewegliche Taster, wie alle jüngeren Fritzboxen. Die drei mittleren LEDs haben bewegliche Taster. An Ziffer 1 kann man das WLAN der Box an- und ausschalten. An Ziffer 2 kann man alle verbundenen DECT-Telefone läuten lassen, etwa um sie wieder zu finden, wenn man sie verlegt hat. An Ziffer 3 kann man DECT-Telefone und WLAN-Endgeräte an der Fritzbox 7510 anmelden. Es lassen sich maximal sechs DECT-Funk-Telefone mit der kleinen 7510 verbinden, also der gleiche Luxus wie an den größeren Fritzboxen. Zusätzlich lassen sich etliche Smart Home-Geräte über die 7510 anbinden und steuern. Ich nutze auch selber tagtäglich mehrere Fritz DECT-Funk-Schaltsteckdosen, vor allem weil sie die Stromaufnahme der verbundenen Geräte in der Fritzbox aufzeichnen können. Im großen PDF-Handbuch steht auf Seite 19, wie viele DECT-Geräte man gleichzeitig an die 7510 verbinden kann. Wenn ich richtig zähle, sind es 52 Geräte. Dieses Maximum habe ich aber noch an keiner Fritzbox ausgetestet. Der DECT-Funk strahlt in Europa übrigens knapp unterhalb von 1900 MHz mit maximal 250 MW. Der WLAN-Funk, der 7510, strahlt im 2,4 GHz-Band mit maximal 100 MW. Das ist in der EU die gesetzliche Obergrenze. Das 5 GHz-Band ist hier nicht aufgeführt, weil die 7510 bei 5 GHz halt überhaupt nicht funkt. Wir drehen auch die 7510 im Uhrzeigersinn. Rechts außen sehen wir die Phone-Buchse im TAE-Format. Auch Monopoldose oder Monopolstecker der Deutschen Post, alias Deutschen Telekom genannt. Es gibt noch eine zweite Phone-Buchse im Format RJ11, hinten an der Fritzbox 7510. Beide Phone-Buchsen dienen dem Anschluss eines analogen Telefons, Fax-Gerätes oder Anruf-Beantworters. Hier die 7510 von hinten. Da ist nun wirklich nicht mehr dran als nötig. Ganz links sitzt die DSL-Buchse. Von hier führt das mitgelieferte DSL-Kabel zur NFN-Buchse der Deutschen Telekom, aus der das All-IP-Internet samt Voice-Over-IP von Telekom 101 Vodafone O2 oder anderen Providern in die 7510 eingespeist wird. Gleich rechts neben der DSL-Buchse sitzt die zweite Phone-Buchse, jetzt aber im Format RJ11. Vorsicht, im Betrieb darf nur eine der beiden Phone-Buchsen belegt sein. Links außen sitzt die USB-Buchse. Nur USB 2.0, was vielleicht sogar sinnvoll ist, weil USB 3.0 auf 2500 MHz stört, was ja ganz dicht am oberen Ende des 2,4 GHz WLAN-Bereiches liegt. An der Unterseite der 7510 finden wir Zugangsdaten, zwei Aufhängungsösen und vier Torx-Schrauben zum Öffnen der Box. Mehr dazu in Kürze im Aufschraub-Video zum Innenleben der 7510. Der WLAN-Zugang in die Box hat ab Werk mit den Daten an den zwei linken Pfeilen geklappt. Alternativ kann man ein Smartphone auf den QR-Code halten und die WLAN-Zugangsdaten werden mühelos ins Handy eingelesen. Ist man erstmal im WLAN der 7510 drin, dann tippt man fritz.box in den Browser des Rechners. Dann wird das fritzbox-Kennwort abgefragt, in unserem Falle eben blaue 2869. Danach landet man in der GUI der 7510, also im Graphical User Interface, in der Bedienoberfläche der Router-Software namens Fritz OS 0729. Im Handbuch findet man auch Tipps zum optimalen Standort der 7510. Bitte nicht in der Schublade eines Stahlschrankes verstecken. Erstens kommt der Funk da schlecht heraus und zweitens könnte sich die 7510 in einer Schublade mangels Belüftung überhitzen. Besser wäre ein Standort auf einer Kommode, einem Sideboard, Tisch oder Schrank. Funktechnisch am besten ist in vielen Fällen aber sowieso nur eine Aufhängung an einer freien Wand. Tatsächlich hat die Fritzbox zwei passende Oesen für die Wandaufhängung. Schrauben und Dübel werden allerdings nicht mitgeliefert. Dafür gibt es im großen PDF-Handbuch auf Seite 254 aber eine Bohrschablone, die man selber ausdrucken kann. Das war's jetzt mit dem Unboxing. Zum Schluss ein letzter Blick auf Preis und Liefersituation. Laut Fritzbox-Hersteller AVM liegt der UVP bei 129 Euro. Laut AVM-Website vom 2. Januar 2022 in Kürze für Endkunden lieferbar. Laut Geitzhals vom 2. Januar 2022 ab circa 123 Euro Straßenpreis. Laut Mediamarkt vom 2. Januar 2022 ab circa 125 Euro Straßenpreis inklusive Versand. Laut Otto-Versand vom 2. Januar 2022 ab circa 129 Euro Straßenpreis plus Versandkosten. Laut Saturn vom 2. Januar 2022 ab circa 125 Euro Straßenpreis Versandkosten frei. Sind 125 Euro für eine leicht WLAN-kastrierte Fritzbox mit vollem DSL-300-Modem, vollem DECT-Funk-Luxus, bekannt schöner AVM-Software und sogar schon WiFi 6, aber halt ohne 5 GHz Band, nun ein guter Preis? Das kommt natürlich darauf an, ob man denn überhaupt mehr braucht, als diese 7510 bietet. Außerdem kommt es ganz stark darauf an, wie gut und wie weit das verbaute 600 Megabit WLAN auf 2,4 GHz tatsächlich funkt. Just dazu mache ich in Kürze noch ein gesondertes Video mit den WLAN-Messwerten. Falls Ihr schon jetzt Fragen oder Meinungen zur kleinen Fritzbox 7510 habt, freue ich mich über Eure Anmerkungen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.